Wie trennt man Müll? Einfach erklärt. Was kommt in welche Tonne? Was kommt in die schwarze Restmülltonne? In die schwarze Tonne kommen Porzellan, Staubsaugerbeutel, Kehricht, Masken und Spielzeug. Was kommt in die gelbe Tonne? In die gelbe Tonne kommen Verpackungen, Tüten, Dosen und Einwächser. Was kommt in die grüne Tonne? In die grüne Tonne kommen Pappe, Karton und Papiere. Was kommt in die braune Biotonne? Rasen, Blätter und vergammeltes Obst und Gemüse kommen in die braune Tonne. Wo kommt das alt Glas hin? Glas bringt man in Container, die farbig gekennzeichnet sind. Das war ein Video des Kurses Wippikament aus der Klasse 7 der Realschule Weinhorst. Leon Laubrich, Tom Joachim Ofentrop, Pierre Henry Deppel und Johannes Weinhorst. Musik Musik Spannungsgott Jerusalem Untertitelung des ZDF für funk, 2017